Okay, das ist eine Kunstfertigkeit. Okay, hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und herzlich willkommen zu einem sehr kurzen Video. Ich bin etwas ausgenockt, weil ich zu spät die Tabletten genommen habe und mein Kalender mir etwas zu spät gesagt hat, dass es bald wieder soweit ist. Und ja, es tun mir die Glieder weh und eigentlich alles. Aber ich wollte heute euch ein kleines Video drehen und darum eine kleine, sehr aktuelle Geschichte. Nämlich eine Geschichte zum Thema, wenn man mal auf andere hören würde und dass man dann auf andere hört, wenn man doch gut ist. Und dass man dann auch wiederum, wenn es dann nicht so läuft, doch wieder etwas gelernt hat. Ja, also, die Geschichte ist heute mal ausnahmsweise keine Geschichte über mich, weil, ja, man muss ja nicht immer von sich selbst erzählen. So furchtbar selbstverlieb bin ich nicht, aber ich kann ja trotzdem immer über mich in dritter Person reden. So, gut, geht, macht einen schlanken Fuß. Also, es tut mir leid, ich bin etwas bekippt. Also, tut mir wirklich leid. Gut, ich vertrage keine Schmerztabletten. Immer noch nicht. Und ja, heute war es so ein Moment, wo ich etwas mehr nehmen musste, weil es einfach nicht anders ging. Okay, wieder ein bisschen zu viel ins Detail gegangen und hier kommt jetzt die Geschichte. Also, ungefähr am Montag, Montagabend, habe ich, also, gut, ich hole ein bisschen aus. Duckt euch, dass ich euch nicht treffe. Ich zahle nachher was für meine schlechte Witzigung. Keine Sorge. Ja, auf jeden Fall, vor ein paar Wochen habe ich mir dieses Spiel zugelegt. Das heißt Harvest Moon. Himmelsbäume. Tal der Himmelsbäume oder irgend so wie. Okay, das habe ich jetzt, das habe ich dann vor ein paar Tagen, war es nicht Wochen, also es ist noch nicht so alt. Und das habe ich jetzt angefangen zu spielen und ich bin auch schon relativ weit. Und am Montagabend war es dann soweit und ich habe einen süßen Esel von einer der Spielfiguren geschenkt bekommen. Und den wollte ich meiner Mutter zeigen. Und so habe ich mich dann entschieden, meine Mutter mal anzurufen und zu fragen, du Mama, kann ich zu euch auf die untere Etage kommen und dann da dir das zeigen. Zumindest war das mein Plan, was ich machen wollte. Und dann hat meine Mutter zu mir erzählt, ja, das könnte ich, aber ich wäre gerade eine Maus durchs Bein gelaufen. Am Bein hochgelaufen. Und da habe ich mir so gedacht, wie so eine Kribbelmaus. Das kennt man doch, wenn man in einem was einschlägt und dann kribbelt es, dann nennt man das ja auch Mäuschen im Fuß haben. Und dann habe ich gefragt, so eine Kribbelmaus. Und dann habe ich so, nee, nee, so eine echte, lebendige. Daraufhin habe ich meine Mutter gefragt, wie jetzt echt lebendig, so echt, echt lebendig. Und dann meinte Mutter so, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, warte mal, warte mal. Dann habe ich auf, ich komme runter. Dann habe ich aufgelegt, bin nach unten gelaufen. Und habe mir vorgestellt, dass meine Mutter, also, dass meine Mutter mindestens die Maus noch in der Hand haben sollte. Also ich dachte, da ist jetzt so eine kleine Maus und meine Mom und ich kann dann die Maus mitnehmen und irgendwie. Und vielleicht eine Mauszucht aufmachen und sowas. Ja, die Maus war dann nicht mehr da. Ja, mein Bruder, der hat meine Mutter heldenhaft gerettet und die Maus bei uns in den Garten gebracht. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mutter da gesessen ist. Und sie hatte keine Kratzer, es hat nichts geblutet und auch nichts sonst. Aber ich habe in dem Moment zu meiner Mutter gesagt, du Mama, geh besser ins Krankenhaus. Weil was, wenn die Maus jetzt Tollwut hat oder die Tetanus oder irgend sowas. Ich weiß nie, wo die Mäuse herkommen. Die können theoretisch, kann das eine Maus aus Sibirien sein oder eine Maus aus Westafrika oder eine Maus von China, weil die irgendwie über einen Obstkorb mitgereist oder irgend sowas. Und da habe ich auf jeden Fall dann meine Mutter geraten, sie soll doch ins Krankenhaus gehen, besser die Impfungen auffrischen lassen, nicht, dass da irgendwas ist, nicht, dass da irgendwas passiert. Und dann hat mein Vater, mein Vater hat die ganze Zeit so gemeint, nein, nein, das ist doch nicht nötig. Auch meine Mutter hat so, also zu mir sagt sie immer, egal um was es geht, guck auf keinen Fall in Foren nach, weil da steht immer nur Quatsch drin. Das Internet, das erzählt ja auch nicht immer alles so. Aber als es dann bei ihr um diesen Maus ging, dann war sie entbohren, hat im Internet gegugelt und dann war es plötzlich doch eine glaubhafte Quelle. Auf jeden Fall habe ich dann meiner Mutter irgendwann so schallack gemacht, dass ich habe gesagt, sie soll es nochmal desinfizieren und alles. Und eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz, darf ich die ganze, ganze Geschichte erzählen? Ja, desinfiziert hatte ich schon, die Leitstelle hatte ich schon. Also meine Mutter hat bereits bei einem Krankenwagen, bei einem Notrufleitstelle angerufen und gefragt, was sie jetzt tun soll. Und hat es dann schon selbst desinfiziert. Aber als ich dann da war, hat es jetzt nochmal desinfiziert. Mit Alkohol zur Sicherheit. Und ich war auf jeden Fall total schaller und schalou. Und habe auch meine Mutter, glaube ich, sehr schalou gemacht. Und dann irgendwann habe ich zu meinem Papa gesagt, du Papa, setz dich an den Fernseher, guck fern, lenke dich ab und ich kümmere mich drum. Keine Sorge. Ich habe dann auch zu meinem Bruder gesagt, er soll sich da ablenken. Ich würde mich drum kümmern und sie sollen sich da raushalten, dass es wäre... Und dann würde ich mir keine Sorge, alles gut, hier gibt es nichts zu sehen, einfach weiterfahren. Oh Gott. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall, bin ich dann irgendwann hochgegangen, weil meine Mutter gesagt, immer noch im Internet gesucht hat und alles und gesagt hat, ja. Und dann bin ich hochgegangen, nee, dann ist meine Mutter hoch und hat gesagt, sie geht jetzt mal in ihrem Impfpass gucken, wann sie das letzte Mal ihr Tetanus-Impfung hatte. Und dann habe ich auf jeden Fall, bin ich dann irgendwann, habe ich noch mit Papa geredet, habe ein bisschen ihn abgelenkt. Und irgendwann bin ich dann auch hoch und dann hat meine Mutter gesagt, ja, also ihre Impfung wäre jetzt das letzte Mal 2009 gewesen, ne? Ja, ja, 2009. Und sie wird dann doch noch ins Krankenhaus gehen und es sich nach nochmal impfen lassen. Und dann hat sie... Entschuldigt, ich habe hier... Oh, ich bin gerade als Tunnel missbraucht worden hier. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall hat dann meine Mutter, wir haben einen Bekannten, Hallo an der Stelle, falls ihr das Video sieht. Der hat, der wohnt, der wohnt ganz weit weg und der ist gerade bei uns auf der Ferienhütte und der ist Rettungshelfer und den hat meine Mama dann eben auch gefragt, was sie machen soll. Und der hat dann eben gesagt, sie soll sich übers Bein pinkeln. Und ja, er hat dann auch den Tipp gegeben, dass das am besten helfen würde. Und wenn ich dann in dem Moment eine volle Blase hatte, bin ich zu meiner Mutter hingestanden und habe gesagt, Mama, ich mache das jetzt für dich. Ich hätte es gemacht, aber es hilft nur mit Eigenurin. Als kleiner Tipp für alle, die das irgendwann auch mal erleben. Und auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mutter dann gar nichts weitererzählen kann. Ich weiß nicht, was du erzählst, aber... Okay, also auf jeden Fall, jetzt zu dem Teil, wo ich wirklich ständig frage, meine Mutter ist dann zur Toilette gegangen. Ach so, nee, komm. Dann hat sich drüber gepenkelt. Und dann hat sich drüber gepenkelt. Und dann war es auf jeden Fall so, dass er dann mit meinem Bruder zusammen ins Krankenhaus ist. Und ich bin in der Zeit mit meinem Papa unten gewesen. Wir haben uns dann Nachrichten angeguckt und haben uns die ganze Zeit gefragt, so... Wow, komisch. Irgendwie ist heute nicht viel passiert, was irgendwie spannend ist oder so. Und haben dann irgendwann angefangen, über Eis zu reden. Und dann hatte ich irgendwann Lust auf Donuts. Und deswegen backe ich irgendwann diese Woche noch wahrscheinlich Donuts. So aus... Wenn man gelischt hat, muss man es backen, weil... Naja... Und dann habe ich auf jeden Fall... Ist dann meine Mutter aber auch nach sehr kurzer Zeit zurückgekommen, weil... Und das ist jetzt eine Info für jeden. Tetanusimpfungen halten 10 Jahre lang. Und ja... Das heißt, man muss die nur alle 10 Jahre auffrischen. Und wenn man die noch frisch hat, dann muss man die theoretisch sich nicht nachimpfen lassen. Meine läuft 2020 aus. Aber es ist immer ratsam, etwas früher als wenn es abläuft, sich dann wieder impfen zu lassen. Also ich hätte seit 2019 voraussichtlich wieder irgendwo bei einem Arzt schreiend auf deinem Schragen liegen und betteln. Bitte, bitte, machen Sie es nicht. Oh doch, nein. Doch, nein. Ich habe nämlich eine furchtbare Spritzenphobie. Aber okay. Ja. Auf jeden Fall war ich dann... Hat dann meine Mutter mir erzählt, dass sie im Krankenhaus war. Und eine Krankenschwester hat dann geguckt und hat ihr gesagt, dass das nur mit dem Tetanus alles gut ist. Und beim Rausweg hat sie dann einen Security-Mann getroffen. Und dem hat sie dann alles erzählt. Und der hat dann meiner Mutter noch folgenden Tipp gegeben. Einen Essig-Zwiebel-Wickel. Also für alle, die jemals von einer Maus gebissen werden oder von sowas. Essig-Zwiebel-Wickeln helfen anscheinend. Ja. Und dann hat meine Mutter... Ja, da schüttelt es meinen Hasen jetzt gerade. Dann war es auf jeden Fall so, dass meine Mutter dann diesen Essig-Zwiebel-Wickel gemacht hat. Und am Abend hat dann mein Hase trotzdem noch mit ihrem Fuß geschmust, obwohl da Essig-Zwiebel-Wickel dran war. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, mein Hase ist tough, weil ich habe das nicht gebracht. Ja. Und ja, so ist dann mein Montagabend vorbeigegangen. Und das war ein wirklich spannender Abend. Und ich habe mal wieder den Beweis gehabt, wenn nicht in meinem Leben passieren alle möglichen Dinge bis 22 Uhr. Nach 22 Uhr stand bei mir meistens so Ruhe. Ja. Gut, das war die Geschichte, die ich euch heute erzählen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte wirklich spannend ist oder nicht, aber es war halt mein Montag. Und ich dachte, ich erzähle euch zumindest so ein bisschen was, weil mehr bekomme ich bekifft wie ich bin nicht hin. Das tut mir echt leid. Und ich muss wirklich irgendwie schaffen, mal ein bisschen weniger empfindlich zu sein, wenn es um Tabletten und sowas geht. Aber naja, das haben meine Oma und meine Mom auch. Gut, das war alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Jetzt ist mein Video doch etwas länger geworden, als ich geplant hatte. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche noch. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, wo es hoffentlich dann besser geht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt, dass euch eine Maus am Bein hochkrabbeln wollte oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmindoutlook.com Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao!